Ok, für die erste Übung überkreuzen wir die Hände hinten am Kopf, machen eine überkreuze die Beine mit dem rechten Bein hinter dem linken Bein und gehen nach unten. Dann ist eine leichte Dehnung im Gesäß spürbar, Arme mit der rechten und Arme mit der linken Seite, immer abwechselnd und ihr könnt dann wieder mehrere Wiederholungen machen. Die zweite Übung schaut so aus, dass wir das Bein zur Seite schwingen, das heißt aus dem Stand, das rechte Bein zur Seite schwingen und dann das linke Bein. Hier könnt ihr dann wieder mehrere Wiederholungen machen und die dritte Übung schaut so aus, dass wir das Knie zum Körper ziehen, richtig schön den Oberkörper nach oben strecken, einmal rechts, einmal links und davon dann wieder mehrere Wiederholungen pro Seite durchführen.